grüßt euch meine lieben pfeifenfreunde heute möchte ich euch eine schöne oliver kampfhausen pfeife zeigen ich filme das mit den händen das geht nicht so gut aber ein bisschen einen eindruck bekommt man diese pfeife ist ohne filter habe ich schon ein paar mal geraucht eine sehr schöne pfeife und die werde ich mir jetzt schön stopfen und zwar von pfeifenhuber nummer 1863 der sehr gut ausgesuchte goldner virginia und schwarzer black cavendish den lassen wir jetzt genießen und dazu eine schöne tasse schwarzen tee mit ein spritzer zitrone kam bei landmundstück also wirklich eine tolle schöne pfeife danke fürs zuschauen euer albert 40